so herzlich willkommen vom circuit of mallorca der rennstrecke im akuntament juque major da hinten sieht man palmerstadt und teile des tramontana gebirges und das hier ist der neue golf gte und da ich mich mit autos nicht so gut auskenne habe ich mir jemanden eingeladen der sich verdammt gut mit autos auskennt nämlich tim martin scholz er ist projektleiter für den gte was macht man als projektleiter hallo ja als projektleiter ist man in erster linie dafür verantwortlich dass das fahrzeugprojekt terminlich und auch was kosten angeht im rahmen bleibt und rechtzeitig fertig wird hat es geklappt beim gte gut wir können ja gleich mal losfahren gt steht für gran turismo und beschreibt im prinzip ein turbo kann man das so sagen ja wir haben in der gt familie ausschließlich turbo maschinen richtig beschreibt aber auch von der ausstattung des fahrzeugs her eine eine sportliche ausrichtung des fahrzeugs bei einem stufenheck das wir jetzt hier haben okay und das in verbindung mit e und das e steht dann wahrscheinlich für elektro das steht an der stelle für elektro völlig richtig okay es wird ganz schön warm hier also wie kann man denn turbo mit elektro kombinieren turbo steht für mich eigentlich für benzinverschwendung und elektro eigentlich für gar kein benzin mehr gar nicht also an der stelle kombinieren wir ja beide antriebe den den elektromotor und den den verbrennungsmotor ich fahr mal kurz los ja also man hat nicht gehört wie er anspringt richtig wir haben nur ein kurzes düdü gehört sage ich mal und eine anzeige im kombi das gesagt hat ready und fahren erst mal lautlos los der wagen fährt also immer rein elektrisch los und ja wir sind dann quasi lautlos erstmal unterwegs und das ändert sich wann das ändert sich genau dann wenn ich entweder so stark beschleunige dass der elektromotor ist nicht mehr alleine schafft oder wenn ich explizit jetzt auf meinen wunsch hin zum beispiel die gte taste drücke wo ist die da sitzt hier dann kombinieren wir maximal die leistungen und drehmomente von e-maschine und verbrennungsmotor und haben eine kompromisslos sportliche ausrichtung des fahrzeugs der tsi hängt spontaner am gas der e-motor boostet in den in den beschleunigungsphasen dem verbrennungsmotor zu und wie sie hören können haben wir auch einen knackigen sound dabei und bewegen den wagen dann äußerst dynamisch vielleicht mal ein paar technische daten also was mich beim wagen immer interessiert hat eigentlich gar nichts mit technik zu tun sondern wie teuer ist der wie schnell ist der und was verbraucht er ja den gte gibt es ab 36.900 so hier kann man jetzt rechts Richtung kreimer sorry für wie viel ab 36.900 bieten wir den gte an der kommt schon mit einer umfangreichen serienausstattung mit fährt im boostbetrieb bis zu 222 spitze und hat eine systemleistung von 150 kilowatt bei 350 nutenmetern drehmoment wenn ich jetzt tanke also es ist ja ein mix das haben wir gerade schon gelernt ein mix aus elektro und aus turbo wie viel verbrauche ich denn insgesamt nach einer ehrlichen messung also im nefz mit dem mit den serienmäßigen 16 zoll reifen haben wir einen verbrauch von 1,6 litern bei dem fahrzeug werte im realen leben hängen natürlich stark davon ab welche strecke fahre ich wie schnell fahre ich das ist also schwer vorherzusagen aber was hat dieses auto an an besonderheiten auf die wir hier dringend hinweisen sollten und die auch als verkaufsargumente gelten also erstmal bieten wir jetzt neu in den modellen das volldigitale kombinstrument an wir haben jetzt also keine klassischen kombinstrumente mehr haben hier auch die möglichkeit ansichten zu wechseln wir können uns hier zum beispiel den durchschnittsverbrauch dann anschauen also wir sind jetzt bei 6,1 liter auf 100 kmh ja bei 6,1 wir haben hier gerade sehr stark beschleunigt von daher haben wir auf die kurze strecke gesehen jetzt erstmal mehr prozentual mehr sprit verbraucht aber wenn wir jetzt längere zeit weiterhin elektrisch fahren dann geht dieser wert natürlich viel weiter runter ja das ist ja also vw hat man bisher noch nicht so wirklich mit mit e-technik in verbindung gebracht inwiefern wird sich das jetzt alles ändern in den nächsten jahren vielleicht jahrzehnten ja wir dreimen ja die ausrichtung weiterhin voran wir haben jetzt schon konkret hier vom golf gte und auch vom e-golf haben wir bisher 30.000 einheiten je modell schon verkauft über alle e-fahrzeuge der marke volkswagen sind wir bei über 100.000 fahrzeugen die wir schon verkauft haben von daher wenige sind es an der stelle nicht da sind schon über die letzten jahre viele fahrzeuge auf den markt gekommen und auch vom kunden gut angenommen worden ok hier ist nur 120 erlaubt aber könnten wir vielleicht mal leicht die geschwindigkeit überschreiten um mal zu sehen was für ein wumms dahinter steckt ich schreibe nochmal auf gte und jetzt die lichthupe die legendäre nein dazu würde ich mich nie hinreisen lassen das ist auch keine art und weise im autoverkehr miteinander umzugehen so wie sieht ihr nächstes projekt aus da jetzt das eine projekt abgeschlossen ist nämlich der gte ja genau der gte ist jetzt abgeschlossen ich werde der e-mobilität bei der marke volkswagen treu bleiben und ich persönlich werde mich dann jetzt im meb also im neuen modularen elektrifizierungsbaukasten weiterentwickeln und dort dann halt verantwortung übernehmen und ja wir haben jetzt schon mit dem id in paris erstmalig gezeigt wo die reise bei der marke volkswagen hingehen wird mit 400 bis 600 kilometern rein elektrische reichweite und ja genau dort werden wir jetzt angreifen und bei der marke volkswagen auch die e-mobilität noch viel stärker ausbauen als wir das heute schon getan haben wie schön ist das eigentlich im e-bereich bei vw zu arbeiten wo man weiß dass die diesel kollegen eine menge probleme haben ja grundsätzlich für mich persönlich ist es ein super spannender bereich in der elektromobilität ich arbeite seit 2012 in der e-mobilität bei volkswagen und es ist immer spannend was der sinne des wortes und macht unglaublich viel spaß so und wir fahren jetzt hier richtung flughafen und das soll es auch gewesen sein vielen dank für den kleinen trip vielleicht noch mal zusammenfassend am ende die technischen daten oder die preislichen daten 36.500 ab 900 genau 150 kw 350 newtonmeter drehmoment und 222 kmh spitze im boostbetrieb und ab wann kann man den beim händler probe fahren die ersten fahrzeuge bei den händlern müssten in kürze zur verfügung stehen ab april ist das fahrzeug in der markteinführung und ja ist auch heute schon im konfigurator sichtbar das heißt sie können auch heute schon sowohl den e-golf als auch den gte konfigurieren polizia die gardia civil steht hier und bestellen gut Herr Scholz vielen herzlichen dank und noch viel freude auf mallorca weil die testtage die gehen ja jetzt richtig lange noch oder ja wir sind jetzt in summe zweieinhalb wochen hier auf mallorca um die fahrzeuge vorzustellen und hier auch mit rat und tat zur seite zu stehen gerne natürlich auch antworten zu geben auf fragen die vielleicht auftreten so jetzt fahren wir zum zweiten mal bei der gardia civil vorbei beim dritten mal hält er uns an also vielleicht sollten wir an dieser stelle deshalb einfach mal abbrechen vielen herzlichen dank für die fahrt und noch viel freude auf mallorca ja dankeschön fahren wir raus hier? ja hier können wir raus fahren